Komm. Nein. Hund. Komm. Ja komm jetzt hier hin. Komm. So ist fein. Guck mal. Okay. Hast du deine kleine Hundeschnuff? Oder wir nehmen das hier nochmal weg. Hm. So. Wohl. Ne, das ist dann. Dann kommt hier auch nochmal bunte Wolle hin. Wie habe ich denn nochmal Türkis gemacht? Also wir brauchen einmal Rot. Grüner Farbstoff. Haben wir da noch was? Hatte ich nicht grün Farbstoff gemacht? Schade. Dann nehmen wir... Hm. Was können wir denn noch für Farben für Hundi nehmen? Wir haben Türkis. Wir haben Rot. Dann nehmen wir... Einen. In der Farbe. Ach, das geht gar nicht mit... Äh... Grauer Wolle. Und dann nehmen wir noch einen. Einen. Einen, einen, einen. Einen. Wir haben gelb. Was ist, wenn ich mir noch... Ach, kacke. Ich muss ja noch einen... Damit ich die ja, ähm... so klein machen kann. Ich brauche noch mal zwei. Und dann nehmen wir... Ne, ich muss die nochmal wegpacken. Ich versuche nämlich jetzt mal was. Einmal Rot und einmal Gelb. Das müsste doch Orange geben, oder? Jawohl. So. Mama Mia. hat für eine schwere geburt und dann alles nur für hundi so das muss müsst ihr mann euch jetzt so ein bisschen als hunde decke vorstellen so knochen kommt mit und die bunte wolle bleibt hier es haben wir eine nacht oder firma ein tag schon verbracht für timmy ein schönes plätzchen hier zu machen ja fällst dir dann kommt da noch ein hundi dazu dann bist du nicht mehr alleine ich gucke dass ich einfinde die türe offen gelassen mensch södele dann wollen wir mal hallo rennen hier können wir eigentlich eine brücke rüber bauen wartet mal dann machen wir mal die blume kommt mal da oben hin dann habe ich noch platz ja bis hier mache ich schon mal weg und dann brauchen wir wo ich bin so zugemüllt das gibt es nicht sand hier mein gott aber ja ganz wenig nur von von sand zur erde müssen ein bisschen mitnehmen ich muss was ablegen und das geht ja gar nicht so und jetzt nehmen wir kommen immer ein stack erde mit komm mal direkt hier unten hin packen wenn wir nach nämlich jetzt brauchen und dann können wir schön eine treppe zur anderen seite machen das glaube ich so gar keine schlechte idee und ich doofe nuss habe jetzt so dann haben wir das schon mal ich bin ja auch profi kann mal hier zu so dann machen wir nämlich eine brücke hier hinten rüber hat es mal gar keine schlechte maßnahme obwohl nee das hätte ich wobei die brücke hätte ich schon ganz gerne zwei breit muss die auf jeden fall werden die brücke ja weißt du was ich denke noch mal ein bisschen koppel ab so das hier will ich haben das hier will ich haben und das will ich haben und ich bin schon wieder so zugemüllt alter das geht ja gar nicht müssen wir gleich noch mal wieder hier hin und die sachen holen so jetzt hoffe ich habe ich aber soweit alles hatte ich noch machen möchten wir habe ich eigentlich hier noch habe ich nicht zwei die reichen natürlich nicht und das war allgemein hat reicht gar nicht steine ich werde auf jeden fall noch steine brutzeln müssen stein jetzt brauchen wir noch mal ein bisschen nach mein gott bin ich gut organisiert müssen auf jeden fall noch mal in eine höhle kommen wir gar nicht drum herum so mit meinem ellbogen mache ich jetzt gerade die türe zu zack so da können wir ja schon mal so einen kleinen grundstein legen der weg ist ja immer zwei breit mit sonnen stein das heißt ich werde ich hier ein ein nach oben gehen jetzt ist natürlich die frage das wird natürlich ein heftiges unterfangen wenn ich das auch so machen nee das mache ich nicht mit kies die brücke nee das mache ich mit stein wobei ich bin ja gerade stein am brennen was ich noch mal mache ist ich gehe noch mal einen hoch und dann würde ich sagen fangen wir an hier den weg rüber zu machen und dann haben wir ja hier alter das ist ja gar nicht übertrieben ich brauche noch mehr von den stiefchen wir brauchen machen wir erst erst mal eine seite obwohl nee ich mache das jetzt erst mal so fangen wir ja schon mal an die steine hier zu verlegen ne ich glaube wir müssen bevor wir das hier hinten sein dorf anfangen in eine höhle rein gehen und steine sammeln wir brauchen dringend steine und ich hoffe dass ich immer noch in dem gleichen schank bin dass die steine jetzt gebacken werden so jetzt muss ich mal gucken ja da muss noch was weiter rein machen wir mal so dann machen wir ab und zu auch mal so ein paar stützpfeiler hier rein auf der anderen seite dann auch so dass das aussieht dass die brücke gestützt wird alter vater wir kommen ja von vorne bis hinten nicht damit klar ach wir haben noch perfekt ich habe gedacht wir hätten nicht mehr dann kommen wir zumindest die ziegel hier schon mal durchzimmern und hier können ja dann schon mal treppen hin wo war ja muss ich aber mal gucken hier haben wir ein stützpfeiler hier werde ich ein bisschen mit sand oder mit erde aufbillen müssen so würde ich vielleicht hier noch einmal nicht hier so so